Drei verhängnisvolle Fehler, die deine Immobilien-Suche zum Albtraum machen können. Wie viele Menschen ärgern sich jetzt, dass sie keine Finanzierung zu den unschlagbaren Zinsätzen zwischen 0,5 und 1,5% abgeschlossen haben? Fehler Nummer eins, zu viel Zeit mit der Suche verbringen. Einige kämpfen schon seit drei, vier Jahren, um das erste perfekte Objekt zu finden. Fehler Nummer zwei, zu denken, die ganzen guten Objekte sind immer schon weg. Den dritten und vielleicht sogar spannendsten Fehler und die bahnbrechenden Lösungen findest du in den Highlights unter Lösung.